Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir werden uns jetzt noch mal ein Eisenschwert bauen und zwar hier raus, das heißt wir brauchen zweimal das größere und ein Gesicht, das ist richtig, ein Gesicht, zweimal das größere und ein Gesicht und dann den propusten Griff, was war das noch? Eine Schwertklinge, die wir noch gar nicht haben, die müssen wir dann erstmal wieder machen, da haben wir noch eine Schwertklinge hier raus, eine Schwertklinge hier rein. Wir brauchen noch ein bisschen Gold da drin, ich glaube drei Stück sollten wieder genügen. Ich griff noch jetzt zweimal. Als das Gold dann geschmolzen ist, machen wir uns wieder eine Form für die Schwertklinge. Das war's. Wir brauchen noch. Wir brauchen noch eine Flage dabei. Wir brauchen noch eine Flage dabei. Wir brauchen noch eine Flage dabei. So, machen wir uns gleich nochmal im Schmerz. So, mein schönes Eisenschwert, was momentan immerhin schon 11 Schaden macht und Erthauptung schon so 20%. So, es wird später interessant, wenn wir da mal ein Leder drin sind. Hier haben wir jetzt aber auch Terra nochmal rausbekommen. Feuerkugel, wir brauchen hier für den Aufsatz eine Feuerkugel, Feuerscherben und vor allem Lederquaz. Wir müssen dringend noch mal umräumen, das machen wir jetzt nochmal, wir brauchen noch ein Elementar auf. Wir brauchen auch gar keine Kisten mehr, wir brauchen Holz. Das muss ich auch noch mal bauen, besser mal das Holz bauen, noch mal eine Kiste. Dann machen wir das natürlich gleich der Polen mal an. Da wäre immer Holz gebraucht. Wenn wir dann mehr Holz anpflanzen als er abgeweist hat. Ist auch noch einer. So, wir brauchen jetzt nochmal ein paar Kisten, ich weiß noch nicht wohin. Ich zeige noch mal einen Raum schaffen glaube ich. Ich zeige noch mal die Kisten hier. Ich zeige noch mal Platz drauf. Dann haben wir hier auch noch die Karte drauf. Ich zeige noch mal eine Autoreparatur drauf tun, demnächst mal. Braucht man aber auch einen bestimmten Rohstoff her, den man im magischen Wald finden kann. Dann nehmen wir hier noch vier Kisten. Dann nehmen wir doppel hin. Dann nehmen wir doppel hin. Dann nehmen wir jetzt die Schienen rein. Dann nehmen wir jetzt zu einem Rohr, den hier zieht oder erst die Schienen. Dann nehmen wir hier hinten den Kisten, oben das Werkzeug. Dann nehmen wir auch noch den Fühlschrank auf den Schaden. Dann nehmen wir auch noch das Rohr. Dann haben wir hier noch die Sachen. Dann nehmen wir hier oben die Karte drauf. Dann nehmen wir dies mittlerweile auch schon. Das Holz kommt hier rein, Steine raue ich mal hier mit rein, Ton kommt hier mit rein, hier mit rein, die Schwertklinge brauchen wir ein, perfekt, nochmal ein bisschen aufgeräumt, können wir auch noch ein ganz klein wenig gucken, ob wir unten ein paar Rohstoffe finden, wir brauchen Feuer, Scherben, wir brauchen vor allem noch Diamanten, auf Höhe 10, auf Höhe 10, können wir auch, auf jeden Fall nochmal eine Schraubel bauen, eine bessere, von Höhe 10, auf Höhe 10, das ist die Kiez, Menge Keys. Oh nein, die sind noch nicht ganz kaputt. wir brauchen werden F7 ist das glaube ich, oh ja, das ist nicht gut hier. Hier haben wir noch mal eine. Das heißt auf einmal auch Kohle. Ich glaube, als erstes muss ich noch mal diese Schaubel fahren. Also doch wieder hoch. Wir werden uns dann nämlich mal diese Schaubel hier bauen. Das heißt wir brauchen wieder einen Kopf. Einen. Vor allem, ich habe mehr Preise in der Höhe. Was ist mit dem Eis da drin? Hier haben wir Zinnbahn, Bleibbahn. Wir haben keinen Strom. Wir haben hier gar keinen Strom. Das heißt wir brauchen einfach Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt mal wieder F7 aus. Jetzt haben wir eigentlich schon gleich die Kohle. Ausgeschöpft. Ja, wir müssen uns auf. ... losst. weg hier gibt es gar nichts nicht doch hier gibt es noch die Kapitel außer Silber und Mai Silber und Mai Silber und Mai hier haben sie das Feuerschmärm das heißt hier haben wir diese drei zwei jetzt mal jetzt hier uns Feuerschmärm ist ein super vier stück dafür so es ist ein Fäuerschmärmärender Nein, spinnt das nicht. Das ist auch eine Spinne. Ach so, wir können nicht rot aus, ganz. Gut, hat mich ja auch. So, aber hier gibt es nicht. Das ist hier. Knollt. Feuerschemm. Wir haben genug für einen. Noch ein wenig bei ihrem Mann. Oh, wir haben jetzt einen Strom. Dann können wir doch bald mal einen Reaktor bauen. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht hier mit dem Helorit. Da haben wir auch nicht so viel von. Oh, klar. Das ist schon gut, ob ich jetzt mal ein bisschen frei bin. Was ist die Idee? Fäden kann man ja noch mal gebrauchen. Das braucht man dann nicht. Es wächst aber anscheinend gar nicht. Entweder kann der nicht größer werden. Aber man weiß auch nicht, wenn er nicht wächst. Ich mache noch mal die Feuer-Scherb ein. Papier-Point heute. Mal legen das auch nicht. Alles rein. Es wird auch schon in der Zeit zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich bin nicht da nicht. Und tschüss.